Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lesung Jurassic World. Und ich würde sagen, wir legen hier auf der Ecke los. Wir sind hier nämlich ein Raptor. So, da ist es. Willst du es einfach entkommen lassen? Okay, so, so, so. Als ob der jetzt bauen kann. Ja klar, der Raptor baut einfach mal irgendwas. So, dann letztendlich aber hier machen wir mal. Ah, warte mal da oben ist ein blaues Ding da. Eigentlich komme ich hier nicht hoch. Komm jetzt. Jetzt. Was soll ich hier eigentlich machen, ey? Also, ich nehme Fiskal hier. Oh, das ist kacke, dass es beim Raptor so weit weg fliegt. Ah, jetzt brauche ich hier irgendwas. Komm schon, den Sprung schaffst du! So, let's go! Ach, soll ich drücken? Ah, ich muss gucken. Raptoren können an bestimmten Wegeständen die Raptoren stammen. Was? Was stammt da nochmal? Halt die B gedrückt, um mit Hilfe von L zu ziehen. Ah, okay. Okay. So, weiter geht's. Mann. Ups, da war mir mein Kumpel angehauen. Okay. Okay. Ich weiß, das ist ein schneider Aufstieg, aber du schaffst das. Komm mal. Okay, so. Ab durch die Mitte, ja. Ach so, ich muss hier was bauen, ich Depp. Es ist nur ein Schalter. Ihr wisst, was zu tun ist. Na, riechst du das Schweinchen? Na, wo ist es denn? Ah, hier ist es. Ah, hier ist es. Nein. Habt ihr das gesehen? Ihr könnt nicht beide da hoch, ihr müsst zusammenarbeiten. Ah, hier ist es. Ah, hier ist es. So, let's go. So, let's go. Bamm, Alter. Junge, dieses Schwein ist ein Ultraschwein. So, let's go. So, let's go. So, let's go. Er ist direkt hinter diesem Tor. Hallo, du solltest da weitermachen. Und? Und? Ja, hier istwier'n. was ist das denn hier kann ich hier irgendwas sprengen gott kann ich mir wieder riechen ah der ist hier drin wir müssen sie wohl von ihrem essen ablenken was muss es hier noch geben okay versuchen wir das so sac sac breit so Los, Schweinchen! Gehen! Geh auf! Geh auf! Das schaffte sich nicht! Ich komme es hin! Ich sehe nach! Hab sie! Ich weiß, ich weiß! Los! Schnell! Seine Haare. Owen! Die fressen ihn ja aus der Hand. Was wollen Sie? Feldexperiment. Ich habe soeben gesehen, dass Sie auf Kommandos reagieren. Wir müssen unsere Forschung weiter vorantreiben. Das sind wilde Tiere, Hoskins. Die wollen Sie nicht in die Schlacht schicken. Wir machen endlich Fortschritte und das ist das Erste, was er sagt? Waffen herstellen? Mr. Grady? Owen. Owen. Ich möchte, dass Sie mitkommen und sich etwas ansehen. Eine neue Spezies von uns erschaffen. Wir möchten, dass Sie das Gehege auf Schwachstellen untersuchen. Ah, okay. Indominus Rex? Woraus wurde es gemacht? Das Basisgenom ist das des T-Rex. Der Rest ist, äh, geheim. Wo ist es? Es war doch hier. Wir waren hier. Oh! Huh! Das gibt doch keinen Sinn. Die Türen wurden ewig nicht geöffnet. Waren diese Klauenspuren schon immer da? Sie meinen es. Ja, aber man, hier ist ein Teddy in der Hand. Okay Leute, ich würde sagen, das war es auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktivität, Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Auf Wiedersehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!